ja so wird abgeprallt und auch auf dem Hörner hallo willkommen zu mcdonalds das ist die Lieblings-Map hallo das ist immer so viel in der Testation und umgekehrt kommen kann man was kaufen warte um du bist du bei ja ach was wirklich leider ich hab ihn an der Mann komm ich will was du essen was ich bin weggedrückt der Scheiß zusammen. Hallo, ich würde gerne für mein Dicht. Bedienung. Bedienung. Auch Granate. Danke für das Essen. Brandgranate. Marvin ist Traitor, sag ich jetzt einfach mal. Brandgranate. Hallo. Hier ist Trigger-Hit. Dennis, man kann ja nichts nehmen. Und Korn auf, wir sind zu dritt. Ich möchte ja alles. Was für ein Saftladen, man kann ja nichts nehmen. Oh lol, der wurde weggesnipet. Du, machst du das? Schauen wir noch mal, wenn jemand hier ne snipe hat. Ich hab gar keine Ansage gemacht. Torben ist übrigens. Ich hab ne Ansage gemacht. Mit welcher Begründung? Au, bis ich angeschossen werde. Was? Nein. Tor ist tot und Tor ist Traitor. Safe? Ja. Safe? Okay, entgehe ich jetzt. Psycho ist tot. Ich war das nicht, es war jemand anderes. Ich war das nicht, es war jemand anderes. Alter, ich bin so subtil wie ein subtiles Tier. Ey, Leute, Leute, wer lebt denn jetzt noch alles? Ich? Hallo? Ich leb noch. Korn ist böse. Ja. Oh, Mann. Ich hab gesagt, er ist mir und Stutt ist ein Traitor-Partner, nur dass Korn wirklich schuldig war. Tor, Korn hat 5 Kills. Ich hab noch andere Leute mit der Mölln-Aunche grad weggemacht oder so. Alter. Korn ist einfach ein Fuchs, es ist einfach so. Ey, das ist wie ein Fuchs, der ist. Ja, verdammt. Ja, aber hab ich doch gerade gut gemacht, oder? Eine fuchsige Katastrophe. Oh, tausch mir jetzt. Boah, ja, tausch mir. Danke. Bitte. Warte, wo ist die jetzt? Keine Ahnung. Die hab ich. Du bist nicht dein Ernst. Du, er hat es abgezogen. Ist die MRCA1 gut oder schlecht? Der hat hohen Kopfschuss-Multiplikator. Oh. Okay, aber ich... Gut und schlecht. Ich drob mal ein Fachbesuch. Hell, nee, der zählt nur in die Eier. Keine Sorge. G-Giz-Pack? Ja. Mir zu. Hallo, Julian. Willst du mal kurz mit mir? Es ist eine dunkle Gasse. Da haben wir Fräulein Yen und ein Begleitende Giz-Pack an einem Tag in seinem Leben. G-Giz-Giz-Pack? Nee, das ist nicht. Donnie Wurst, hey. Das ist wie... Ich versuch den Hatcher zu geben. Nein, 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 das ist wie Beetlejuice. Ach, Marius. Hab ich das nun schonmal gemacht? Was ist das denn wirklich? Palt dein Spani ein. Blackhawk down, Blackhawk down. Oh, wow, das war voll knapp. Stimmt gar nicht. Das war Disney. Ich schwör, hat Disney abgeschossen. Disney hat der Exilium gemacht. Au. Disney ist tot. Ich bin hier. Okay, wer hat mich gerade halb... Wer hat mich gerade halb umgebracht? Oh, ich bin da hinten abgeschossen. Kann sein, dass diese Map von allem klein ist. Der Marvin sagt nichts, wenn ich ihn anschieße, okay? Ich hab ja gesagt, jemand hat mich angeschossen. Ach so, oh, hab ich nicht gehört. Dann verstecke ich mich jetzt einfach. Mann, ich kann dir keinen Hatter hier geben. Aber Tesla Marvin, treffe ich. Domdi. Domdi. Block dich in der Erkischlampe. Alter, Marius. Ja, was ist? Ja. Schieß mich doch ab. Schieß mich doch ab. Ja, mach ich auch. Nein. Oh, die Präger sind da hinten zu Tee. Ja. Ja, ich hab mich die ganzee... ...Hoch springen? Ja, ja. Na hoch springen. Ja, ja. Ja komm mal hier. Hä, du hast überhaupt dich identifiziert? Ich komm doch nicht hoch ich bin von Tillitessen. Ja, nicht. ений, das funktioniert ja sogar. Mit der Leitung behindert. Hallo, geht mal runter und ich bin, ich will ein LKW... So, 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 ab jetzt da. LKW. mach, 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 mach. Was war das für ein Schuss? Was war das bitte für ein Schuss? Das war Marvin, was war das bitte für ein Schuss? Benni, belästig mich. Da liegt wer. Ich belästige dich. Ich glaube ja, dass du mich bist. Da liegt Torben. Benni, warum bist du einfach an Torben vorbeigegangen und hast dich nicht identifiziert? Torben ist tot. Ach, das war jetzt aber glaubwürdig. T-T-T-Torben ist tot. T-T-T-Torben ist tot. T-T-T-T-Torben ist tot. Ach, ne, ist ja egal. Wir wissen ja, wie ich getötet habe. Ich wollte was auch sagen. Marvin hat auf mich geschossen. Marvin? M-M-M-M. Ich hab jetzt zurück einmal kurz auf Marvin geschossen, bei der vollen Aufbahn. Am LKW einfach mit der Sniper... Steck losse. Hat ein Detektiv getötet. Ok, Stecklose. Ich wollte gerade fast Korn abschießen. Sehr schön Korn. Oh nein, nicht Korn. Korn, nicht Korn, nicht Korn. Wo ist Korn? Ist der Korn? Korn ist auch tot, ich glaub der ist nicht tot. Der hatte dieses Teiler, wenn man stirbt und dann... Wo ist Korn? Das Leiche. Wir gehen das Meerführer ab. Wir müssen da irgendwo rumliegen. Nee, du kommst immer so eiskalt näher, das ist... Hey, wo ist denn jetzt die Leiche? Wie ist das da geflogen, wenn ich nicht dumm bin? Hey, wer ist das jetzt? Also Korn ist von nach was er nicht tot ist. Ich nicht. Das kann ich euch sagen. Korn müsste tatsächlich tot sein, ja. Und Korn hat mich weiter gewöhnt. Das war ein Fehlschuss Felix. Das war ein Fehlschuss. 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 Hat er auch. Das kann ich mit zwei Mal sagen. Hat er auch auf mich geschossen. Zumindest hat er auch vorhin am LKW vorbeigeschossen. Ich bin ganz ruhiger. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Dina war ja deswegen jetzt zu kehlen, macht dich schon trotzdem verdächtig. Ja. Ey, ist grad irgendwie gestorben, Leute? Weiß nicht. Ja, ihr müsst ihr gestorben. Respekt oder Jen hat Mangel. Äh. Was ist los? Äh. Warte vor. Das war ein Fehlschuss, Felix. Das war ein Fehlschuss. Alter, Destiny. Das war ein Fehlschuss, Felix. Ich freu mich gar nicht. Ich hab 15 Mal versucht auf euch zu schießen, aber ich bin zu behindert. Entweder bin ich betrunken oder bin ich auf beiden Augen. Nee, Destiny. Das war einfach so gut wie du Jen getötet hast. Die Map ist einfach zu klein für mich. Entweder bist du betrunken oder du bist auf beiden Augen, Alter. Nee, Dennis. Ich bin sehr stolz an dich. Dennis, hör auf. Ich bin stolz. Hast du gut gemacht, er ist, Jen. Und dann ist es dann so. Äh, Destiny, du Bartz. Das war echt geil, Alter. Ja, danke, Alter. Stolz, Alter. Ich wär mit ne Maschine. Ja, ne. Dennis, ich hab mich extra von dir killen. Ich hab mich extra von dir killen lassen, damit ich mein Spray anlein kann. Klar doch. Aber du warst sogar Traitor. Fett im Leid. Ja, tatsächlich. Immer meckern, dass wir nie andere Maps haben, ne? Und was spielen wir dann? Immer die gleichen Maps. Ja. Na geil. Mann, wir brauchen mehr Maps, denn ich bin immer noch alt, klar? Wir brauchen nicht mehr Maps. Wir müssen einfach für andere Maps abstimmen, als die, die wir da spielen. Ja, eben. Oh, Korn! Korn ist hier. Hallo. Was? Korn ist hier. Korn ist bei mir. Kann sein, dass er geantwortet hat. Ich hab's aber nicht verstanden. Okay. Egal. Wie viele haben wir? Zwei. Zwei. Hochstellen, würd ich sagen. Ich komm mal Destiny, ist es. Ja, klau auf einen. Ja, auf einen. Auf einen. Hochstellen auf einen. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ach schau mal. Ich bin FAL! Nein. Nein, 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 nein. Mein Kleiner! Ah, da bin ich! Jetzt hab ich ja Refikat! Los. Wir spielen Fangen! Du bist! Hol die Kronke raus! Nein, Geisterkrank! auch wenn er verfolgt hat er geisteskrankt die politiker aus für mich holen kann ja ich bin jetzt gut Tom hat mich angeschaut ich bin mit mir fangen das ist nicht mit der Schottgang unterwegs vor der Jaden Tom, lass mich gewohr FANG mit mir Nein, ich kann dich nicht erschießen Nein, du musst mich mit der Grover schlagen ich will ihn fangen, komm schon Okay Tom, wir machen einen Countdown Alter, Alter Tom, wir sterben Mit, 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 Winchester Dennis, hey Hi Der hat den Winchester Mai ist es, Mai Was? Damn, ich bin ein guter Date, Leute Na, bist du abgelenkt? Ich bin nicht abgelenkt Ich wusste es, Alter Er hatte die Tatwaffe Das hat ja auch grad Lars geschrieben, ne? Macht jetzt grad so'n Oh, ich hab'n Baby-Launcher Ich hab'n Baby-Launcher Ich hab'n Baby-Launcher geschrieben Ja Domnivus, 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 Domnivus Das ist eine Instant-Kill-Waffe Vom Tee Ich geb's dir, ich hab'n Tee getötet Ja Es gibt da Instant-Kill-Waffe? Der Instant-Kill-Waffe hab'n gesagt Ja Achso Ich hab'n ja auch grad hinter dir gesprungen Was denn für einen, damit ich jemanden nicht töte? Er hat mir geschrieben Na, bist du abgelenkt? Pass auf, hinter dir Ich hab'n mich noch rauf, damit spring'n dich um Welch Instant-Waffe ist das denn? Domnivus, beschützt mich Er will mich umbringen, nachdem ich mich angeschossen habe Bitte, die hat'n Upprie, Domnivus Ich verletz dich nur stark Blanchett, geh'n bitte in der Welt Blanchett MeChu, MeChu, MeChu Torben Oh, jetzt haben wir alles im Rahmen geschrieben haben Können wir weiter marken Was soll das denn? Da, untersuch' mal Zockerfreak, was ist los bei dir? Vorlang geschossen? Haben dich gegenseitig erschossen? Das wär' cool, Alter Leut, ich hab' ja mit dem Gesinn gefangen Kaum wissen wir, wie du aussiehst, schon sagst du nix mehr Joa, was? Joa, was? Warte, warte, warte Warte, warte, warte Boah, war das gesehen Felix ist tot Ich weiß, dass es Zockerfreak ein neues Kandalbild hat Echt? Kandal? Ehm, Profilbild, ja, ja Glaub ich auch mal zusammen Mai Kandalbild Ähm Bleib bei mir, okay? Ich hab' dich getötet Ich bin, also ich bin safe Ja, ich glaub' dir Ich glaub' dir Ja, ich... Ja, Marvin, Gammelsch die ganze beim Arsch MeChu MeChu Nachladen 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 Ey, ganz ehrlich Ich hab' nach 3 Ich hab' nach wie vielen Innocent Kills bekommt man einen Punkt? Psycho Ja Psycho, nach wie vielen Innocent Kills bekommt man einen Punkt? 100 Äh, wenn die Hälfte tot ist Was? Echt? Alter Loll Bei 12 Leuten Ja eben, ich hätt' jetzt gesagt, nach 2 Leuten oder wenn man 2 Leute getötet Wer hat Jen und Frau getötet? Ich wollte jetzt irgendwie wiederbeleben als Traitor, aber das ist ja auch nicht getötet Ja, dann hab' ich nämlich gesehen, ihr wurde beide mit ihm aber Wurde doch 3 Leute töten, aber das war ja nicht beantwortet, weil sie hälfte Alter Ich war jetzt alleine, ich wollte das irgendwie wiederbeleben Jen, ich bin nicht, komm her, Jen, 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 hier, Jen, umdrehen er kann man nicht einstellen dass es so viele Kills immer wenn ein Drittel getötet wurde da ist nachdem vier Leute das heißt er hat nicht steckt, so Kills hätte er die Film wiederbeleben können oder mich heilen können, toll Jenny er ist halt schon nicht, dann läuft er in seinem Taser rum Jen, geh in Sicherheit, wir geben dir Unterschlupf auf unserem Dachboden du musst dich einfach verstecken und ganz leise sein Jenny ich komme für dich ich hab Angst, Scheiße, was war das? das war ein Dachboden, nein, Moment! Moment, also ja, es ist ein Dachboden, geht sich dahin, oder? im Dachboden wie war das immer? ich mach dir das, ich mach dir das ich mach dir das, ich mach dir das ich bin ein Dekoy ich bin ein Dekoy ich werde den Taser ab ich weiß gar nicht was du meinst weißt du auf? sag mal so oh oh, Steckdus ist Detektiv, das wird mal die nicht immer ärgern ja, vor allem Jennys Kader ist auch völlig wahr ich hab mich nur beobachtet Fitchin das ist Benni, Fähig schon tot das ist, äh, hier ist hier die Saftpackung ich bin das, ich bin Juiceback die Saftpackung die Saftpackung die Saftpackung du hast Fett hinten dran vergessen die fette Saftpackung nein, die Saftpackung ist Fette ich liebe dieses Spray wie ist das Spray? du kannst sowas schon verbieten 100%ig 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 wir müssen da lang, glaub ich gleich tot, wenn es das Video hallo Steckdus ist bei mir bei wer? steckdus ist bei mir 2x ey, aber wieso ist das Spade denn echt? also wie ist das? YouTube bei mir? was ist das? steckdus mit Leuten ansage also rein rechtlich ist einfach anzüglich hä, wo seid ihr denn? oh Gott, von der Angesassung im Zuckerfee tschüss wow tschüss, oder? nein ich hab einen schallgenämpfenden Schuss gehört und eine Leiche ich hab einen schallgenämpfenden Schuss gehört und eine Leiche was, ich hätt auf dich geschossen geil geil, aber das ist leer ich hab keinen einzigen Schuss abgesetzt nein, ich hab gesagt, ich hab einen schallgenämpfenden Schuss gehört und eine Leiche ohhh, dunkel ich hab einen schallgenämpfenden Schuss gehört warte, 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 Moment mal ist das hier? ist das Marvin oder, 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 Jensen recht verdächtig? nein, ich war die ganze Zeit hinter Jen und Jen hat nix gemacht ich weiß, aber das ist doch genau hier ähm, ich hab Dorn getötet ich hab Dorn getötet ich kann doch einen getötet das Licht ist genau hier ich weiß ey, steck du so schieß einfach mich ey, was? ich hab nix ge- ja, okay, töte mich komm, töte mich ey, also töte mich ja, steck du so, dann zieh's doch durch sehr wahrscheinlich dann zieh's doch durch komm ich muss eh zum Essen, dann zieh's durch dann zieh's durch Jenny zieh's durch oh Gott nein ja komm, dann hat doch jetzt die Eier und zieh durch komm, noch in die Ruhe Hilfe nein Mündliche Verwarnung ja, darf man sind ich auf mich geschossen? weg, da, ich weiß, pass mal in die Leiche wer Marvin töten will, der rollt hier gerade übern Boden wiii, darf ich? so roffelmäßig roffel? roffel? roffelmäßig okay hey, ja, was ist denn hier los? zockerfreak ja, grüß Gott zockerfreak was gibt's denn? ich weiß, was du getan hast, aber ich nehme zu den Skarp Marvin, bist du ins AFK? okay oh die war schlecht ich wollte eigentlich mich selbst damit in der okay, warte gib mir eine Granate, wenn ich mich selbst umdringen kann was geht's hier bei euch gerade ab? zockerfreak hat jemanden ach doch weg da, weg da zockerfreak hat jemanden getötet ich habe zugesehen ich hab keinen getötet ich hab keinen getötet und habe die Tatwaffe in der Leiche getötet ich hab keinen getötet ich hab keinen getötet ich hab keinen getötet oh äh ach mann, destiny warte fällt aus mann MADEsiny! man musst doch erst sterben ich hab mir ab Bye 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 ja, den, den Menschen der 별 er wurde einfach gerade jemand getötet hielt bitte ja, die bullets hilfe beh cause äh wer bist du? ich 새驚ne deine Stimme nicht von den ganzen Leuten das war eh so traurig ey, bot alarm telephone Torben? Was? Warum? Junge! Toll! Tja, jetzt musst du nur noch zwei Leute killen, dann hab ich gewonnen. Koba! Dankeschön, Torben. Oh Mann, hätt ich mal einfach nicht aufgehört auf voller Jen zu schießen, ey. Bei mir war grad eben komplett das Mikrofon die ganze Zeit aus. Ich hab die ganze Zeit Torben gehört, was tut es? Ja, klar. Wer hat denn bitte Destiny getötet? Ich stell dir einfach vor, ey. Sicher. Mann, ich hab den Schuss nicht gehört. Ganz kurz, mich hat grad mein Fauser angerufen. Er wollte mir nur noch bestätigen, dass ich fett bin. Ja, kenn ich. Er hat so angerufen, gelacht und ist wieder weggegangen. Frank! Du bist so fett, Alter! Ey, bitte, ich hab hier grad ein Abschlussprofil auf eine gewisse Erweckler. Ich muss diese Person da vorne erschießen. Aufhören. Bill tagged it. Ups! Ach, sorry! Hä? Jetzt bist du hier der fette 40-jährige Junge. Ah, schon, Alter. Ich hab mich gerecht, alles ist okay. Lass mich, geh weg, ich möchte meine Waff ausleeren. Nee, ich will, ich vertraue mir. Also, Torben, das ist von mir verdächtigt. Hast du gesagt, ich vertraue mir? Ja, ich vertraue mir, aber ich nicht. Ja, ich vertraue mir, aber ich nicht. Oh, ja. Oh, Allah. Laura! Ah! Ah, ich traue mir, hoch! Oh, ouhr! Oh假, ohr! Uh! Uh! I fear Zauber! Ich bin là eine Wilde! West Coast-Com우� Santa. Schlichste fest! Öhm. Ja, bitte noch mal Saenci. Maiser mich so wie beim erst mal. Okay, ich bin là迆 Animal, tauben... laşt grad einfach gestirmen, st�pen? Inwiefern sei die herzliche Rebellen? Geh, ich bin vor dir! Ok, wenn ich denn selbst Fröhliche grossen. Kannst mich raustil viendo? Nein, das ist das Vorleih. Junge, ich hab... ...Mmm... 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 Nein, keine Railgun. Mitsu! Mitsu! Moment! Ich hab Mitsu gekillt, Hihi. Als letztes... ...von einer MP5 Navy. Hast du wieder aufhört auf mich zu schießen? Schieße nicht auf dich, ich schieße auf den Boden. Ich bin nervös. Hashtag Pete's Meat. Hallo Zockerfried. Willst du auch? Jetzt hab ich schon wieder die... Jen, geht's dir gut oder hast du noch was Erschrecken des Nachrichten gesehen? Ey Zockerfried, kannst du mich freuen? Jen ist gerade gestorben. Oder doch... Ich hab einen Tee gekillt. Ah gut. Warte, wo? Jetzt backe ich dir in der Wand fest. Ich hab Mitsu gekillt, der uns alle angeschossen hat. Seh mich nicht an. Geht einfach... Ja, weil ich jetzt dank dir in der Wand festbacke hier. Guten Tag. Ich schieße mal einfach auf Korn. Ja, das ist einfach so. Ja, das ist keine schlechte Idee, warum, wie man zu schießen, weißt du? So aus dem Bauchgefühl heraus. Ja, voll lame hier, wenn jemanden anschießt. Ja, Mann. Okay. Mai neben mir. Hey Zockerfried, kannst du mich heilen? Wie gesagt, ich hab leider kein Ding mehr. Kannst du mich trotzdem heilen? Ich kann dir... Kannst du doch einfach was im Traitor schauben. Gamm, gamm, ahhhh. Ich denke, du hast also gerade die angeschossen. Ja. Gut. Das Problem wäre gelöst. Ja, wer ist interessant? Wie hat er denn geschossen? Ja, er hat mich vorhin schon angeschossen. Keine Ahnung. Er mag kein hohes Karma haben. Ähm, was für wen haben wir denn noch? Kontentzer Slendermeer. Torben. Korn, gib Korn noch? Ja, Korn. Ne, ich bin schon tot, aber ich geh trotzdem. Korn und... Gib Dom-Dom-Dom-Dom-Di-Bus-Bus-Bus-Bus noch? Ey, du meinst Dom-Di-Bus? Ja, weil ich meine Chance. Aka seine Mama. Ey, du bist nicht meine Mama, Alter. Ich bin deine... Tante? Ah, okay. Das ist jetzt schon unlustig. Oh, ich seh wieder was. Ich glaub, Mishu hat mich angeschossen. Mishu... Oh. Mishu... Wie sagt Mishu lebt wieder was das denn? Sie sagt doch, der hat mich getötet, man. What the fuck? Der hat ihn auch getötet, aber lebt mir. Von einer Seite auch noch, Korn. Uh! Boom, Alter! Ja, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Torben, ich kann nicht weiter. Mishu, hast du Deathringer? Äh, nein. Nein, 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 nein. Ich wurde getötetet. Ich wurde wiederbelebt. Achso. Das ist ja blöd. Nein, 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 nein! Was? Oh Gott. Danke, das war's für diese TTT-Folge. Abonniert alle. Jai, ciao. Ciao.